Ich möchte ein Autogramm haben. Und wem denn? Luis! Weißt du, was ich sogar auch machen kann? Das ist nicht okay hier. Ich kann einfach so. Zack, zack. Für Andreas. Was cool ist, das war mit dem, mit dem ich auf dem Freipod, glaube ich, gezockt habe. Hm. Das war ein Mittel, oder? Kann sein. So, mein Filmer ist auch am Stehso. Yeah. Warte Leon, ich melde mich nachher, ich habe gerade eine Kamera im Gesicht. Hahaha. Ich bin gespannt, was das wird, alles weitere werdet ihr auf IGTV und in meinem Vlog sehen. So, nice. Wir sind jetzt angekommen. Was brauche ich natürlich? Was brauche ich natürlich? Einen Stift. Autogrammkarten. Und die Box. Die Box, die Box. Ah. Ah. Sesam. Schließe dich. Ja. Wir kennen nicht mehr so Nachnamen, aber wir bringen auf jeden Fall schön die Fossbox vorbei mit meiner Autogrammkarte. Und ja, ich finde, das ist auch sehr wichtig, dass man halt als Profi nicht nur sozusagen das Social Media Live hat, sondern auch das ins Real Life umsetzt. Und genau das machen wir heute. Hallo. Ist das okay mit einem Film? Ja, klar. Hallo. Cool. Hallo. Ich bin Louis. Hallo. Hi. Herrlich. Das war ein herzliches Willkommen. Nein, aber zumindest war die Mama schön. So ein Grüßer immer. Ja, aber vielen Dank, dass ihr da für die Bestellung erst mal und vielen Dank für die Unterstützung würde ich mal sagen. Das war ja auch eigentlich eher so ein Joke gewesen mit den Hirschungen. Echt? Ja. Ich bin eigentlich so aufschüchtert. Achso. Ja, aber keine Ahnung. Ich finde, das ist einfach super cool von dir. Ja, ich auch jetzt. Ist ja gar nicht schlecht. Ist ja gar nicht schlecht. Cool. Bist du auch ein zweimal bei unserem Spiel? Ja, bis jetzt noch nicht die Zeit gehabt hat. Nur weil wir oft erst mal die Kinder hier haben. Ja. Wie wäre es, wenn ich euch mal einleite? Ja, ist ja cool. Ja? Dann schreibt sie mir einfach. Mach ich. Dann lade ich euch mal zu einem Spiel von euch ein und nehme euch bald mit. Ist das okay? Cool. Ja. Hier eure Box. Aber ich habe jetzt noch zwei Karten mitgenommen. Da müssen wir mal runtergehen und noch ein paar neue holen. Damit jeder eine bekommt. Ist das okay? Verrückt. 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 N. E. So? Ja. Sehr gut. Das ist nur die Französische Schreibweise. Ah, schön. Ja, sehr schön. Ja, herrlich. Den Stift nehme ich mal mit. Die lässt sich einfach nochmal hier. So. Perfekt. Oh ja, hier noch ein bisschen Werbung gemacht. Ah, genau. Perfekt. Cool. Dann schreibt mir wie viele Karten ihr braucht. Mach ich. Und dann kriegen wir das irgendwann auch immer. Danke schön. Super. Ich danke. Danke für den Support. Und wir sehen uns. Gerne. Gerne. Und grüßt dann den Hund. Ja, mach ich. Der hat uns ein bisschen... Machen. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Herrlich, ey. Ja. Coole Aktion. Feier ich. Feier ich. Feier ich auch. Jetzt machen wir nochmal. Vorsicht. Attention. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020